Ready or not, here I go. Hallo grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube Kanal. Echt lange ist es jetzt schon her, dass ein Video bei uns gekommen ist. Dasselbe gilt für Red Snipes, aber Leute, der hat jetzt gerade ein Video rausgehauen. Darauf werde ich jetzt einfach mal reacten, auch wenn es nur 1 Minute 17 dauert. Einfach mal so als Comeback von unseren Kanälen. Also würde ich sagen, schauen wir mal rein. Falsches Intro, alles klar. Ja, da ist es. Ich habe nur Red gelesen, dachte an Apo Red, ja moin. Es ist soweit. Ja, Degar. Warte, warte, warte. Ich muss jetzt nochmal kurz zurückspulen. Wegen Wegen dieser verzerrten Stimme, wir sind eigentlich gerade am Zocken, vor allem ist einer bei uns in die Party gekommen. Der hatte richtig eine verzerrte Stimme. Und das hat mich gerade so an das erinnert. Ich glaube, das war schon mal ein Hinweis auf dieses Video. Aber mal weiter. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also das war es aber, glaube ich, nicht mehr verzerrt, keine Ahnung. Ein Neuanfang. Alter, das ist ja richtig spirituell, mein Freund. Mit Black Ops 4, alles klar, da müssen wir aber noch lange warten. Bald wird mein YouTube-Comback kommen und dann wird die komplette YouTube-Szene rasiert. Das ist eine geile Idee. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber richtig geile Idee. Alles klar, ja, das war es dann auch wieder mal komplett. The Plumber. Das will keiner sehen, man. Ja, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich ein aufwendiges Video ist. Es kommt auf jeden Fall noch ein aufwendigeres Video von mir. Ich habe nämlich eine kleine Challenge für Stögi, Mehmet und Asuna. Sepp eher nicht, glaube ich, weil der ist gerade in der Berufsschule. Ist bei Stögi jetzt auch ein bisschen kritisch, glaube ich, weil er hat nicht mehr so lange Schule und hat jetzt noch ein paar Prüfungen. Aber ja, hauptsächlich für Asuna und Red Snipes. Was es ist, werde ich euch noch nicht verraten, weil dann könntet ihr euch darauf vorbereiten. Also Leute, seid gespannt. Kämmt in der Abo-Box. Ich bin raus. Ciao, haupt rein. Bis zum nächsten Mal.